Willkommen zurück beim Landwirtschaftsimulator. Wir sind auf meiner Rentsch und Johnny lädt hier gerade in die BGA ab. Da muss ich mal gucken. Ach ja, wo ich gerade das Menü sehe. Ich habe natürlich nachgeguckt, wo ich es in den Kommentaren gesehen habe. Fruchtumfahrung aktiviert. Also, dass der in der Frucht rumfährt. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, jetzt müsste eigentlich in der BGA noch Platz sein für eine LKW-Ladung. Der hier war voll und der hat noch Platz. Ja, 20.000. Können wir uns sparen. Und Johnny füllt noch die Gülle auf. Okay. Sind wir mit dem Thema durch? Für die 20.000 fahre ich jetzt nicht noch mal. So. Jetzt ist hier Platz. So. Dann haben wir wieder einen Trecker frei. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal. Euch brauche ich nicht. Was mache ich mit dir? Musst du noch was rüberbringen? Geht eigentlich. Sieht top aus. Gut. Da liegt schon wieder Wolle. Ja, da sollten wir noch eine Runde drehen. Mach mal ganz zum Schluss. So. Er hier. Fruchtumfahrung. Hier. Ja. Drescherfahrer versucht möglichst die Frucht zu umfahren. Und das gleiche bei Curseplay. Äh. Feldarbeit. Feld. Wo sind das? Hier. Fruchtumfahrung. Ist aktiviert. Ich würde sagen, der fährt um die Frucht rum. Genau. Er fährt links. So. Ah. Du möchtest ja auch noch. Da quatschen wir ihn. Walzen. Wie lange braucht er? Sechs Minuten. Wunderbar. Wunderbar. So, Johnny. Komm her. Seht ihr, wie schön der die Frucht umfährt? Wie er da einen großen Bogen macht? Um ja nicht in die Frucht reinzufahren? Genau. Und jetzt stellst du dich genau auf die der Frucht abgewandten Seite, weil du die Frucht, ja, umfahren sollst. Cleveres Bürschchen. Und ich weiß, wer gleich ein Problem hat. Na, Johnny. Ich glaube, wir bräuchten neben der Fruchtumfahrung auch noch eine, äh, Mähdrescher-Umfahrung. Aber wenn die genauso gut ist wie die Fruchtumfahrung, äh, dann würde er wahrscheinlich dann dauernd gegenstoßen. Naja. Egal. Ein paar Minuten ist er hier fertig. Und bis dahin muss ich mal gucken, dass wir alles andere klarkriegen. Glücklich. Glücklich. Aha. Okay. Ihr könnt auch noch ein bisschen was kriegen. Und Gras. Okay. Da brauche ich einen kleinen LKW für. Ach ja, Wasser wollten wir auch noch machen. Die kann ich mal schon rüberfahren. Mensch, ich habe einen größeren Fass. Da passt auch viel mehr rein. So. Oh, was war das? Ach, breite Reifen. So. Ähm, wen nehme ich denn da? Siehste, jetzt blockieren sie sich wieder. Ja, Leute, guck mal hier. Da, da, da geht der Strahl hin. Da? Genau. Verzieh dich da. Yes. Oh, Mann. Aber er passt nicht. Okay. Dann, jetzt, Trecker. Anhänger. Gras. So. So. So, wie viel Gras passt da rein? Äh, sagt er mir natürlich nicht. Aber ich denke, man halber reicht. Quatsch. Äh, äh, quatsch, er muss hier drücken. Er muss hier drücken. Äh, äh, quatsch, er muss hier drücken. auch reicht nicht doch reicht jetzt kriegt er noch eine ladung ach ja wo ich den anhänger hier sehe kaum habe ich das denn gekauft ihr habt auch natürlich vernünftige shop und zwar muss man gucken wo die waren nicht unter diverses quatsch hier sind die jetzt ja und ihr müsst doch von anhängerkupplung ja auch an die lia spassen also den hätte ich sie genommen wenn er vorher drin gewesen wäre da hat jemand seine arbeit beendet das dürfte oben der walzer sein ich glaube das war jetzt auch der letzte walzer zumindest für diesen monat ja 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 so dann fährst du am besten wieder nach hause war wo war denn jetzt hier leer nein kann nämlich noch der andere schafstall einen schluck bekommen dann sind die glücklich dann mache ich noch die stellen so bitteschön so welche futteranlage ach ich muss ja gucken ob die auch richtig gut aussehen schweine futter sieht gut aus müssen wir mal abholen mit mischration oh 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 können wir gleich strom mitnehmen aber wir haben hier 139.000 drinnen hier haben wir 190.000 drinnen und hier hat 200.000 drinnen und allen fehlt stroh na gut stroh muss ich ja extra machen also fahr ich mal einfach zu und da wird wieder einer blockiert jetzt nicht mehr na komm beeil dich so nehm ich mal eine ladung futter und beide futter ihr habt bekommen du hast bekommen ihr kriegt noch du kriegst noch und vor allem kuchstall 1 ok mach ich erst kuchstall 2 der geht schneller und der kuchstall 1 und da muss ich dafür sorgen dass ich ähm ja warte mal silage haben wir doch genug kann ich auch mit beiden machen ja da muss ich hier nochmal mit ballen rumfahren einmal silage verteilen und einmal stroh verteilen so aber aber warum mit diesem gummi reifen hier diese riesen dinger passt hier gar nicht rein muss ich auch die ganzen weg an das zeichen hast du gesehen da war dein Abladepunkt genau So, das hat jetzt gebracht, voll. Gut. Was zum... Oh, ernsthaft? So. Gut. Und das geht jetzt nach vorne in den anderen Kuchstamm. Damit wir nämlich, sobald der andere fertig ist, sind es schwer zu machen, war? Hier sind sie rundherum fertig. Das Einzige, was ist, hier wird noch gemäht. Ach so, da muss er gewalzt werden. Stimmt. Ja. Hier muss er mal übergewalzt werden. Dann fährst du mal bitte bei Kuhstall 1 hin. Mach das mal bitte selber. Dann mach ich nämlich schon mal eine Rolle klar. Wo ist denn der Roller hin? Ach, der steht doch hier drüben, wa? Ja, Grasroller. Ähm, Feld... D ist das. Grashäcksler? Eine Graswalze mit 20 Meter haben wir gar nicht. Die war jetzt aber auch 14 Minuten. Hm. Ja, doch. Dann nehmen wir den Breiten, dann sind wir eine Viertelstunde fertig. Gut. Warte mal. Dazu brauche ich doch den Großen wieder. Dazu brauche ich den hier. Der macht die Große Walze weg und holt dafür die Graswalze. Ja, Arbeit beendet. Sehr gut. Und jetzt mal die Abkürzung. Warte mal, die fahren wir da am günstigsten. Ja, wir sollen in die andere Richtung fahren. Genau, hier lang. Ihr seid fertig? Gut. Schwupp. So. Halt. Ist ja falsch rum. Ich muss ja... Ach, Quatsch. Ich muss ja gar nicht zu Feld 70. Ich muss ja zu Feld J drüber. Falsches Feld. Hör mal. Fahr du mal bitte zu Feld J. Und ich kümmere mich mal um die hier. Und zwar... Und zwar... So. Ich warte mal. Fahr mal zu Stellfläche CE. Genau. Tschüss. Du kannst nach Hause fahren. Und ich fahr' ich auch zu Stellfläche CE rüber. Ach so, Quatsch. So. Ah nee, der ist ja leer. Hier können wir die nach Hause fahren. Ja, die haben sich da wieder... Einge... Sag mal. Bleib einfach bitte hier stehen, ja? So. Ich muss mal gucken, wo die sind. Drei, vier, hier. Also. Darum fährst du eigentlich nicht. Aha. Und dich. Fahr' ich selber. Warum fährst du nicht hier lang? Einmal hier gerade rüber. Geht sogar. Er könnte sogar hier geradeaus weiterfahren. Und dann fährt er einmal hier rüber nach Stellfläche CE. Hm. So, Magnum ist angekommen bei Feld J. Sehr gut. So. Wenn die schon auftanken. muss ja repariert werden war nicht wirklich doch 66 prozent genau sauber kann der bis zur nächsten ernte wieder in seiner garage ich glaube zwei davon auf einem feld es geht auch nicht da habe ich ja noch mehr probleme so ich würde sagen das war's fertig 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 du fährst rüber der schwarze muss noch wo bist du nein nein ja so 24,6 meter graswalze fällt die das doch so eine graswalze 24,6 meter dachte die wäre schmaler gewesen na gut eintracht umbenennen graswalze 24,6 meter so dann wirst du den kurs laden danke und du fährst nach feld die startes am ersten wegpunkt und bist glücklich glücklich genau okay der ist durch der ist durch oh ich würde sagen ich drehe zum abschluss noch eine sammelrunde ach so der steht auf rundballen warte das können wir ändern eure paletten so so und sammeln doch schnell hier honig wolle und eier ein damit es da keine probleme gibt damit bei nächstemal die lager voll sind so aber das eben die hast du doch festgegotet ede wie hatten wir das geschafft die runter zu schmeißen wenn die festgegotet sind so jetzt schalte ich den ab weil sie zu festgegotet jetzt haben die gefälligst nicht runter zu fallen und du hast gefälligst auch nicht um zu kippen so hallo meine schäfchen und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen hiervon gut so dann stellen wir den hier ab und alle sind glücklich so läuft läuft der muss nicht laufen ach er wartet sich hier einen ab okay egal der wird jetzt walzen und dann sind wir am Anfang der nächsten Folge im Oktober zum Oktober sagt mein schlauer Zettel Zuckerrohr und Traubensaft haben wir beides nicht also wird es ein kurzer Monat Grasernte müsste ja auch durch sein also würde ich sagen bis zum Oktober danke fürs Zuschauen danke für eure Tipps und Kommentare macht's gut genießt den Tag und vor allem see you later